Nichts mehr drauf. Wartet mal, irgendwas habe ich gesehen. Wir sind Ermittler. Wir konnten den Verdächtigen. Sie müssen zu Stephen Terrells Haus um es zu finden. Was waren das jetzt, meine Eltern? Ein Mann namens Stephen Terrell hat irgendwas versteckt. Meine Eltern haben es vor irgendjemand in Sicherheit gebracht, der immer noch danach sucht. Klingt nach einem typischen Fall für die drei Fragezeichen. Unheimlich, gefährlich, kaum lösbar. Warum landen die drei Fragezeichen eigentlich immer an so Orten wie diesem verfluchten Schloss? Gehen wir wieder. Hier wohnt niemand. Er ist hier. Er ist im Haus. Wer bist du? Peter? Woher kennst du meinen Namen? Das ist der Fluch des verfluchten Schlosses. Du wirst hier immer während des Pech haben. Stephen Terrell? Wir trennen uns. Bist du noch ganz dicht? Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen? Wenn man sich trennt, ist das der sichere Tod. Verschwindet aus meinem Haus. Das ist für dich. Peter! Wir haben da gestern Abend so ein Mädchen getroffen. Total schräg. Das ist meine Tochter. Ein warmherziges Wesen. Wo fangen wir überhaupt mit den Ermittlungen an? Wir verlieben uns. Klingt toll. Die Karte findet, wer zu Stephen Terrell wird und mit seinen Augen sieht. Das ist ein 3D-Plan von dem Haus. Ein Geheimgang durch den Kamin. Die Wendeltreppe rauf über das Dach. Und dann... Warum hast denn du überhaupt eine Rettungsinsel dabei? Im Fall einer Flutwelle wärt ihr mir ewig dankbar. Ich kann tief in dich hineinschauen. Was siehst du gerade? Du hast Angst. Sehr viel Angst. Oh, sie ist echt gut.